Tag 4 der Trans-Pyrenäer. Auch heute Morgen wieder sehr schönes Wetter, obgleich sich dort ein bisschen Unheil ankündigt. Gott sei Dank fahren wir in diese Richtung zunächst mal und hoffen, dass es auch heute wieder ein schöner trockener Tag wird. Michael ist schon voll am Packen. Es dauert bei ihm immer etwas länger, weil er so viele Bänder hat zum vertütern da. Und gleich geht's los. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sollte 12.20 Uhr. Wir sind hier im Nationalpark Pyrenäen-Walderan. Kann das sein oder was war das eben? Ich habe da eben nicht so genau auf das Schild geachtet. Sehr geil zu fahren. Es ist richtig Wunderwald hier, Märchen Wunderwald, durch den man durchfährt. Ganz viele Kühe. Es macht sich die Schlaune zu fahren. Es gibt nicht so viele Löcher. Meistens ebenerdig, aber trotz allem immer hoch, runter, hoch, runter. Man muss ihn immer wieder wechseln. Aber durchaus ein Geländer, wo auch der Kleiner mit seiner Bände durchfahren könnte. Ja, absolut. Ist jetzt nicht... Und wie üblich das Wetter... Entschuldigung. Und wie üblich das Wetter? Ja. Und wie üblich das Wetter? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020